Sie sind hier, 15. November 2018, 11.40 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, die Rhein-Neckar Löwen setzen weiterhin auf, ihren Oldie Alexander Pettersson Urheberrecht, Getty Images mit 38 Jahren, gehört Alexander Pettersson zu den alten Hasen in der Bundesliga. Die Rhein-Neckar Löwen setzen trotzdem weiterhin auf den Linkshänder. Die Rhein-Neckar Löwen haben den auslaufenden Vertrag mit Rückraumspieler Alexander Pettersson um zwei weitere Jahre bis 2021 verlängert. Dies teilte der Handballpokalsieger am Donnerstag mit. Der 38 Jahre alte isländische Linkshänder war im Sommer 2012 von den Füchsen Berlin zu den Badenern gewechselt. Die Rhein-Neckar Löwen waren immer mein erster Ansprechpartner. Es ist kein Geheimnis, dass sich meine Familie in der Rhein-Neckar-Region sehr wohl fühlt und ich gerne bei den Löwen bleiben wollte. Deshalb freue ich mich, mindestens bis zum Sommer 2021 ein Löwe zu bleiben, sagte Pettersson. Pettersson, Leistungsträger und Vorzeigeprofi Löwensportchef Oliver Rogges nannte den Isländer einen absoluten Schlüsselspieler für unsere Mannschaft. Er ist Leistungsträger und auch abseits des Feldes ein absoluter Vorzeigeprofi. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann beschreibt Pettersson als unverzichtbar, dass er trotz seines Alters zahlreiche andere Angebote vorliegen hatte, zeigt, was für ein überragender Handballer er ist. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.